Hallo zusammen, mein Name ist Abdul Kamawal. Ich mache eine Lehre bei der Maßbären AG. Heute sage ich euch, wie mein Alltag ist. Als Automobilassistent kontrollieren wir als RSS das ganze Fahrzeug. Ob die Räder ein Spiel hat oder irgendwo einen Steinschlag hat. Und am Ende lesen wir die Fehler mit dem Testgerät aus und loschen sie. Ich habe diesen Beruf ausgewählt, weil ich gerne mit den Händen arbeite und viel Interesse am Fahrzeug habe. Und noch gerne fahre. So eben möchte ich auch wissen, wie genau ein Motor funktioniert und wie ein Motor hergestellt ist. Für den Automobilassistent braucht man technisches Verständnis und man muss einfach gerne mit den Händen arbeiten. Jetzt hast du meinen Alltag gesehen. Falls ich dein Interesse geweckt habe, bewerb dich heute noch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.